Sehen wir uns gemeinsam an, wie Sie mit Mein Elba schnell und sicher Überweisungen durchführen können. Dank der Quicklink-Funktion ist das einfacher als je zuvor. Ein Klick auf der Startseite genügt. Die Auftragsmaske ist standardmäßig mit dem Auftraggeberkonto vorbefüllt. Mein Elba macht Ihnen das Überweisen besonders leicht. Bei Eingabe des Empfängers zeigt Ihnen die Merk-Funktion automatisch die Kontaktdaten aller Empfänger, die zu Ihrer Eingabe passen und an die Sie bereits überwiesen haben. Einfach auswählen und die Daten inklusive IBAN werden übernommen. Jetzt nur noch den Betrag und eine Zahlungsreferenz oder einen Verwendungszweck eingeben. Fertig. Übrigens kann die erfasste Überweisung ganz einfach auch als Dauerauftrag gespeichert werden. Wenn es einmal schnell gehen muss, kann der Betrag innerhalb von wenigen Sekunden auf das Empfängerkonto überwiesen werden. Express-Überweisungen sind im gesamten SEPA-Raum an alle teilnehmenden Empfängerbanken möglich. Der Auftrag kann sofort mit dem bevorzugten TAN-Verfahren überwiesen werden. Jetzt nur noch die PUSH-TAN-Signaturanfrage bestätigen und schon ist Ihre Überweisung unterwegs. Selbstverständlich können Sie weiterhin mehrere Aufträge erfassen und mit einer TAN freigeben. Dazu einfach den erfassten Auftrag speichern und die gewünschten Aufträge in der Auftragsübersicht freigeben. Und wenn Sie einmal Ihre Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt überweisen möchten, dann erinnert Sie mein Elba ganz einfach daran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017